hallo zurück ja dieser dumme sniper ist immer noch da wieso da ist wieso ea wieso musstet ihr so eine schwuchtel sniper machen welche denn die m4 16 die ist geil die soll übermächtig ja die ist aber geil fick dich fick dich fick dich fick dich warte ich verschaffe die eingang holig den kommst rein gut da war noch einer achst du wollte gerade besser Alter Achtung hinten 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 oh fuck ja mit der guck mal die Waffe kannst du also als Sturmgewehr nutzen als auch als Sniper ich will die das freie Zugang was hast du für eine Waffe pp19 Morgnehmer den hol ich mir jetzt ich fick dich ich wisse wo der aufhang haa komm aus klar auf pro auf fahrt fahrgabber 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 ich war außerhalb des gebietes ich bin da raus geflogen gefallen bei mir sporten ich bin bei mir Und ich hab die falsche Waffe dabei, natürlich Geht das? Ich will das scheiß Ding wegsprengen Scheiße Mann, da bin ich tot Wie so ein kleines Wichscamper Geht nicht Ich will ne Sniper nehmen Welche Sniper spielen wir denn? Kannst du nicht bei mir spawnen? Nein, wieso denn? Du bist doch Moni-Mann Ich bin ganz oben Ja, du bist Moni-Mann Ja, ich spiel Team Deathmatch Da kann man nicht bei seinem Teamkameraden spawnen Schade Aber ich komm gleich zu dir Moni hab ich ja Übrigens links unten Wenn du links runter guckst Da ist da auf dem einen Hausdach Da sitzt einer Ja, der hat jetzt zwei Nee, nee Das ist ein Mg-Mann Und ich bin tot Und dir ist genau unter dir ist einer Ja, der kann nicht schlechter zielen Der ist nicht in meinem Sichtradius Ja, weil der im Haus drin ist So Und ich bin bei dir Hallo Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben sollten Oder eine weiter Runter Und ich fall runter What the fuck Boah, der möchte mir das Moor weggehauen Mein Gott, ich hab voll das falsche Visier dafür Nein, jetzt bin ich ganz gut Aua Okay Hey Mann, schnapp dir die Munition Zum Glück können die alle nur schießen Nimm dir die Munition Ich bin Sanitator Ich bin Sanitator Ich bin Sanitator Ich bin gerade zum Gehauen Hm Oh, da unten sitzt einer Puh Zubehör Visier Achtfach Zoom Wieso ist mein Spawnbait nicht mehr da? I don't know Voll freaky Oh, Tuba Dieser Tuba Leute sind so schlecht, ne? WTF Was macht er da? Mein Haus Mein Haus Okay Natürlich Das ist so fies Er steht auf Schießt und legt sie wieder hin So, jetzt hab ich dich getötet So, jetzt hab ich dich getötet Deiner Fichser Mit mir Hilfe rüber, ich bin Team Zocker LP Okay Nein, der Messer hat mich Das ist doch mein Haus Das macht gar keinen Spaß Das macht gar keinen Spaß Da hast du Muni Ja, natürlich Ja, natürlich Mach auf, nimm mich in der Mitte auf, ne? Mach auf, nimm mich in der Mitte auf, ne? Nimm mich in der Mitte auf, ne? hat getötet ja ja du kannst sein dass du von ihm wieder das haus ein bisschen zerstört hat er sagt daran weil der nächste der an dem haus dran steht und wenn das zusammen kracht und jemand steht kriegt den kill